Hi, wie bist du mit den Nieders? Schau mal, sehr! Das war voll cool, da habe ich so Playstation gespielt. Wenn wir auf den Friseur warten, voll cool. Ein nicer Place, mit nicer Mucke am Start. Da sind Eier, genau. Nicht nur da, hier auch. Und hier auch. Okay, dann schauen wir mal, wo es lang geht. Jetzt gehen wir zum Mall. Nee, in die Shopping Street. Genau. Oder möchtest du in die Mall? Nee, Shopping Street ist besser. Wir können auch einen anderen Tag mal in die Mall gehen. Ja. Die Mall ist ja sehr schön, da gibt es Eiskunstlauf und so Zeug. Ja, stimmt. Und was noch? 4K-Kino, 4D-Kino. Ja, ja. Es ist schon eine gute Mall. Delicioso. Niko vs. Niko Curry. Das ist Blueberry, das ist Green Power und das ist Salary. Power. Power, genau. Mega lecker. Wow. Das sieht echt cool aus. Focado-Sushi und Wiege-Sushi. Nice. Guten. Danke gleichfalls. Danke schön. Tschüss. Und was sagst du zu dem Wetter heute hier? Sehr schön. Wegen ein Zypern freut man sich, wenn es mal nicht so viel Sonne ist. Ja, es ist echt so. Es ist nicht so heiß. Es ist angenehm. Ja, ja. Es ist sogar ein bisschen frisch, aber ich finde es nice. Ich mag das. Also es ist angenehm. Wir wollten sogar zuerst in die Mall gehen, aber wir haben mir gedacht, das Wetter ist perfekt, um draußen zu sein. Um draußen zu sein, ja. Wenn es zu viel Sonne ist, dann kann man. Dann ist die Mall. Es ist so krass, das zu probieren, weil Deutschland und Tschechien und voll viele europäische, das ist auch Europa aber halt. Dann denken wir sich, wow, Sonne, lass uns rausgehen. Ja, das ist echt so. Lass uns rausgehen. Und hier, wow, keine Sonne, lass uns rausgehen. True. True. Schau, hier ist Rolex. Oho. Rolex. Rolex. Und da drüben ist der Popoyapia-Tar-Supermarket. Yep. Gibt's da? Indeed. Ein paar nice Vibes am Start, nice Musik. Ich würde ja auch machen. Nice Getränke. Yes. Nice Views. Uig. Das ist irgendwie nie auf. Das ist irgendwie immer cool. Also ich hab's nie aufgehört sehen. Hast du ja nicht mal entschieden? Ah, das ist der Anhänger. Hier ist das Outdoor-Gym. Ah, hier. Miami Beach. Voll schön. Miami Beach Walk. So wenig Leute. Ja. Eigentlich etwa Leute, aber letztes Mal war voll. Wirklich voll. Überall. Ja. Ein paar nice Übungen. Yes, indeed. Und wie ist das so in Miami? Sehr schön. Sehr schön, ja. Das ist das... Tannenbaum von Supan. Genau. Wir haben das Leben durch Schau. Das ist nur ein Spiel. Die Tannenbäume haben es uns gezeigt. Genau. Das will mir doch keiner erzählen, dass das ein echter Baum ist. Das sieht so crazy aus. Das ist so crazy. Wirst du hier rechts? Oder hier links? Ich glaube, wir gehen rechts. Hier waren wir nämlich noch nie. Adventure. So, wir sind jetzt in der Shopping Street. Yeah. Und jetzt schauen wir mal, ob wir mit Jamie ein paar coole Sachen finden. Wir haben uns gedacht, ein paar neue Bikinis. Das ist eine Bikini-Hall. Ich weiß wo. Bei Calzedonia. Uh. Oder Tizini. Oder wie heißen die? Ja. Oder Intimissini. Die sind mehr... Unterwäsche. Unterwäsche, ja. Aber da können wir auch gehen. Da kann man auch mal schauen, gell. Weil ich bin im BH. Und ein paar Gymklamotten. Ja, stimmt. Weil du bist ja Jamie Young Fit. Ja. Und... Du bist ja ein fittes Gym-Girl. Und Yoga-Girl. Und IT-Girl. Und... Booty-Workout-Girl. Wir haben ein paar Lisschen, die uns geheult. Mega geil. Schau dir das an. Die sind voll nass. Die so, wollt ihr probieren? Wollt ihr wohl alles probieren? Ja. Und was sind das für Lisschen? Äh... Das sind Pizza. Pfeffer. Und... Tomato. Mhm. Mhm. Alles war mit... Was ist das da? Paprika, glaub ich. Und Oregano, glaub ich. Mhm. Das ist so lecker. Mhm. Mega lecker. Mhm. Und ein Trüffel noch. Stimmt, ein Eis war mit Trüffel. Mhm. Mega lecker und gesund. Mhm. Proteine, gesunde Fette. Egal. Mhm. Hammer. So, und schmeckt's? Mhm. Ich hab neue Kulirose geholt. So. Sehr hübsch. Ein Liebesladen. Mhm. Und jetzt gehen wir mal... Da rein. Da rein. Und vielleicht ein Million. Ja, definitiv. So, da haben wir was Schönes auch. So. Ja. Welche Größe ist der? 36. Mhm. Aber ich hab vier. Ich denke 36 passt. Weil dein Mutti wird ja noch größer. Yes, aber das ist elastisch. Aha. Ich wollte es in 34 auch. Man könnte es aber ganz schön squeezen dann. Ich find's voll nice. Ich mach das voll gut. Das ist der Osterhase. Ich find's mal gleich hier. Das Osterhäschen. Das Osterhäschen. Das Osterhäschen. Das Osterhäschen. Der sieht frech aus, gell? Ja. Und seine Hand noch in der großen Tasche. Schau mal, der da so. Willst du mein Ei anfassen? Sieht ein bisschen zerstört aus. Ja. Ein bisschen so kaputt. Ja. Viel durchgemacht. Schön hier. Das ist eine bunte Störbung. Ein was? Eine bunte Störbe. Oh ja, stimmt. Das hier öffnet sich. Viel Kröten. Das ist viel Kröten. Das ist viel Kröten. Find your Carretta. Okay. Jetzt hab ich den Klus draufgepalt. Mhm. Cool. Und jetzt? Jetzt kommen wir auch vielleicht hier. Und dann wollen wir es trinken. Was willst du dir sagen? Ja, erstmal trinken wollen und dann? Find ich auch. Und dann check ich die zwei ab. Und dann der da. Diese drei Geschäfte hier. Und dann kommen wir mal. Genau. Das ist so schön am Abend. Für Yoga, weißt du? Mhm. Das ist immer so schlaff und super. Das finde ich spannend. Das ist schön. Mhm. Das ist auch sowas von ein Yes. Das ist sowas von ein Yes. Mhm. Das wäre eigentlich mehr rein, weil. Da war ich hin. Oder? Ja. Das ist schön. Das ist auch sowas von ein Yes. Sowas von ein Yes. Mhm. Sehr schön. Mhm. 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 Sehr flattering. Sehr, sehr flattering? Ja. Ja. Ja, sehr schön. Sehr lecker. Ja? Ja. Sehr schön. Schön. Ja. Cool, ja? Ja. Zeig dir Tränke hier wie heute. Oh, schau dir mal das Wetter an. Ja, voll crazy. So. Ich denke, das war's heute. Mit unserem Shopping Day. Aber vielleicht am Wochenende nochmal. Yes. Wochenende. Jochenende. Hey. Kann man nicht von hier? Ja, genau. Was? Von da einmal runter einmal hoch. Oder andersrum. Ja. Na dann. In here babe. You are safe. Was genau was jemand sagen würde. Bei dem es nicht safe ist. Schau. Schau wie der Laden heißt. Hate love. LOL. Ja, das ist doch meine zwei Kids hier. Ja. Was haben wir denn hier? Ja. Oh, die wollen gestreicheln. Ja. Aber wir streicheln nicht so. Das ist normal. Ja, hallo. Und was sind die denn da reingekommen? Ich hab keine Ahnung. Ja. Wahrscheinlich gehören die da rein. Weil da zu essen. Ja. 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 Schau mal wie sieht der. Ja. Voll süß. Ja. 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 Ja, gell. So ein Cutie. Ja. 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 Oh, die sind so schmuselig. Ja. 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 Genau. Da gibt es einen. Professional Sebastian. Wenn schon Sebastian, dann Professional, oder? Macht Sinn. Ach. Ja. Ja. Schnieke Street hier. Sehr, sehr schnieke. Lucy Bar. Wir sind zurück an der Oceanfront. Ja. Weißt du, was ich cool an Limassol finde? Oder an Zypern generell? Alles tun sie ans Meer verlagern. Also am Meer ist immer die meiste Action. Ja. Zum Beispiel in Porto und in Athen und eigentlich auch in Lissabon, da war, da haben sie irgendwie so, ach, Meer interessiert. Sie sind so nah dran am Meer, aber trotzdem machen sie alles so weit weg. Aber hier in Zypern machen sie alles ans Meer. So, genau, genau. Die verstehen, die wissen das. Die wissen das, ja, die hat es verstanden. Wow. Ja, du bist schön. Bist schön. Was ist das denn, ist das etwa, sind das die Milka-Kühe? Das ist ja echt interessant, okay. Aber ja, interessante Kunstwerke. Nachts bestimmt noch geiler. Ja, stimmt auch. Das ist schön. Megaschön. In der Nacht sieht das mega cool aus. Schauen wir mal, dass das Wasser... Vor allem nachts. Na ja, es sieht immer schön aus, genau wie du. Oh. Danke. Wie bitte? Glaubst du, unter uns hier ist Wasser? Unter uns? Ja. Ist kein Wasser, glaube ich. Ich glaube es aber nicht. Aber es ist so eine Brücke. Ja, aber... Wir können ja mal schauen. Großartig, dass es wieder weitergeht. Oh, kannst du schon sagen. Könnte rein theoretisch sein, ja. Ich schau mal hier. Ich glaube, dass es wieder weitergeht. Aber ich bin mir nicht so sicher. Was denkst du? Schreib es in die Kommentare. Hallöchen. Hab ich dir mitgebracht? Schreib es in die Kommentare. Megaschön. Super. Und auch da hinten die... die Skyline. Ja, genau da haben wir unser Office. Genau, hier oben. Oberster... oberste Etage. Das ist das London Eye hier. Und... das ist der Buckingham Palace hier. Das London Eye ist doch ein Rad, der sich dreht. Ja, das ist doch ein Ei, siehst du nicht? Ja, aber das ist doch ein Ei hier. Ja, aber das ist doch ein Ei hier. Das ist ein Gebäude. Dann geht es zum Popcorn Bro. Der macht veganes Food. Glaube ich. Glaube ich auch. Ich weiß nicht, ob man sie vielleicht Butter reinhaben kann. Ja. Vielleicht nicht. Und da hinten ist die Marina, wo wir im letzten Vlog waren. Ja. Sehr interessant da, gell? Ja. Das ist so einer der interessantesten Places in Lemasson. Da geht's ab. Tags und nachts und mitternachts auch. Mitternachts. Ja, das ist so. Schön. Aha. Weißt du, was du siehst? Ein Gemälde. Ach, was ist ein Artwork? Genau. Ein Gemälde. Ein Artwork. Ein Kunstwerk. Ähm. Jetzt ja. Fast. Uuuuh. Michael Jackson. Du meinst Michael G. John? Michael John? Genau. Michael Schofield. Und da leuchtet ein Licht. What? Das ist ein sehr leuchtendes Licht. Ja. So könnte man es sagen, ja. Ein leuchtendes Licht. Ja. Oder ein sehr leuchtendes Licht. J.W. sagen würde. For why? Ähm. Einfach so Attention. Ah, okay. Seeking for Attention. Ich verstehe. Ja. Das kannst du gut verstehen, gell? Wie nice die Balls geleitet sind. Ja. Oder auf Deutsch, wie schön die Eier beleuchtet sind. Die strahlen richtig. Da weiß jemand, wie man die Eier betont. Ja. Okay. Genickt. Was genickt. Es genickt gleich hier. Oh. Ein Hund. Wow. Was wäre, wenn da jetzt so diese Saurias rausschlüpfen? Cool. Das ist ja cool, ja. Fändest du cool? Hä? Das fändest du cool, hä? Ja. Oh, süß. Oh. Ja, schau mal. Ein weiteres glückliches Kätzchen. Wow, dunkel. Huh? Dunkel? Ein bisschen dunkel hier langsam, hm? Ja, es ist ja dunkel. Soll ich ein bisschen Licht machen? Nee, nee. Kann man jetzt mal helfen? Oh. Yeah. Schau mal, wie sie sich das gönnt hier am See. Ja, gell. Wow, wow, wow. So we got a Wagamaman order today. And I'm gonna show you what's inside. So, we have got here a vegan Pad Thai. Nice vegan Cauliflowers. Vegan Sushi. With flowers in it, really nice. With avocado and cucumber or something. And here I have like a Thai curry, I think. Very nice. Bon Appetit. So, the evening dinner, or what's called evening food? Dinner is. Dinner is. Yes. Dinner is ready. Woo. So we got here some nice vegan bowls. Whoa, they're pretty heavy. Here vegan pancakes with vegan Nutella. Here vegan tuna. Vegan tuna wrap. And here vegan burrito. What? So this is how it looks from the inside. And this is how this looks from the inside. Bon Appetit. In usToy ал Lucas All прос Bye-bye. Waaay ehh. Bye. Bye-bye! Bye-bye. 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 Well, it's purple in this side, and the set is green. So, we got here some roll of the french fries, falafel, vegan nuggets, vegan tzatziki, and some other sauces. Here, I don't know, rice, salad, chicken gurus, vegan, of course, and donut gurus. I'm gonna go. She's looking at me, she's just looking at me. She's looking at me. She's looking at me. She's looking at me. Right now, right now. Look at me. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.